Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insights zu den aktuellen S04 News. Eine neue Woche auf Schalke steht an und logischerweise wird auch unsere Kaderplaudung weiter voranschreiten. Es beginnen eben auch die Neuigkeiten mit einigen Transfergerüchten, unter anderem auch rund um einen neuen Flügelspieler. Und ansonsten gibt es auch Neuigkeiten zu Reinhold Ramftl und Marvin Pieringer, denn vor allem auch bei Pieringer könnte es eine durchaus überraschende Wendung geben. All das und mehr haben wir hier und heute bei den aktuellen Schalke News. Legen wir aber erstmal los mit Reinhold Ramftl. Ramftl und Schalke ist sicherlich eine Geschichte, die bis hierhin noch so gar nicht funktioniert hat, aber ich glaube schon, dass wir alle Reini Ramftl als Typen auch weiterhin gut in Erinnerung haben. Letzten Sommer ging es ja dann für den Österreicher zurück in seine Heimat. Es folgte ja die Ausleihe zu Austria-Wien und dort hat Ramftl wirklich eine richtig tolle Saison gespielt. In der österreichischen Bundesliga hat er 31 von 32 Spielen gemacht, vier Tore erzielt und zwei vorbereitet. Und logischerweise gibt es auch das klare Interesse, eben diese Zusammenarbeit über das Saisonende hinaus natürlich auch fortsetzen zu können. Ramftl hat sich darüber mal gegenüber von Sky geäußert. Es finden Gespräche statt. Ich habe auch schon oft gesagt, dass ich mich super wohl fühle. Letztendlich liegt es nicht an mir. Es liegt an den beiden Vereinen, dass sie sich einigen. Und bis hierhin war ja auch noch relativ offen gewesen, ob denn Austria-Wien überhaupt eine Lizenz bekommt für die kommende Saison. Das ist aber mittlerweile auch geklärt. Das war schon Ende April mittlerweile dann auch klar geworden, dass Austria-Wien die Bundesliga-Lizenz erhält. Und somit ist auch ein Verbleib von Reinhold Ramftl deutlich realistischer geworden. Es gibt ja eine Kaufoption, die soll laut der Bild-Zeitung bei marktwertgerechten 600.000 Euro liegen. Aber trotzdem ist noch nicht so richtig klar, wie es weitergeht. Denn Stand jetzt kehrt Ramftl erstmal zurück zu uns. Für mich bedeutet das, dass ich nächstes Jahr einen Vertrag auf Schalke habe. Und auch noch mal ganz interessant, Reinhold Ramftl hat auch unsere Bundesliga-Saison und somit auch den Abstieg immer mitverfolgt. Es ist natürlich ärgerlich. Ich habe jede Woche die Spiele verfolgt. Hätte der Mannschaft gewünscht, dass sie in der Bundesliga bleibt. Und für Ramftl geht es auf jeden Fall jetzt erstmal darum, mit Austria-Wien die Qualifikation zur Conference League zu schaffen. Die findet nämlich dann jetzt auch erstmal statt noch in Österreich. Danach geht es für ihn in den Urlaub. Und dann ist halt so ein bisschen die große Frage, wird ihn Austria-Wien fest verpflichten können, ja oder nein? Ich denke mal schon, dass es möglich ist, dass sich Schalke und Wien auf eine etwas geringere Ablöse einigen. Und vor allem sollte eben Austria-Wien die Europa-Qualifikation schaffen, gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Kohle. Was man eben auch dann in Ramftl investieren kann. Auf jeden Fall eine Personalie, wo man sicherlich schon jetzt sagen kann, er wird keine Zukunft auf Schalke haben. Und da wird man sich sicherlich auch am Ende einigen können. Und dann wäre natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Geld da, um unseren Kader auf mehreren Positionen zu verstärken. Es werden ja vor allem Innenverteidiger, linke Verteidiger und Neuzugänge fürs zentrale Mittelfeld gesucht. Aber je nachdem, was im Kader noch so passiert, ja auch ein neuer Flügelspieler. Und dort gibt es nun auch mal das erste Gerücht. Denn laut dem kosovarischen Journalisten Arlind Sadiko sollen Schalke 04 und auch Borussia Mönchengladbach Interesse an einer Verpflichtung des 24-jährigen Donat Rudani von den BSC Young Boys Bern haben. Er spielt in Bern. In der Schweiz ist Nationalspieler vom Kosovo und hat einen durchaus interessanten Karriereverlauf hinter sich. Denn nach Bern ist er erst vor einem Jahr gewechselt. Zuvor hat er in Aarau gespielt und auch noch vor gar nicht so langer Zeit noch gar nicht im Profifußball mitgewirkt. Also Rudani hat es auf jeden Fall verstanden, sich Schritt für Schritt hochzuarbeiten. Und nun könnte im Sommer der nächste Schritt folgen. Marktwert vom 24-Jährigen beträgt 700.000 Euro. Nominell ist er Flügelspieler. Aber, und das macht ihn vielleicht auch für uns interessant, bei Kosovo, bei der Nationalmannschaft, spielt er eigentlich immer linker Verteidiger. Denn er ist ein Spielertyp, der unglaublich fleißig gegen den Ball ist. Der ackert wirklich die Seite hoch und runter. Hat ein ganz gutes Tempo. Er ist jetzt kein typischer Flügelflitzer. Da fehlt ihm so ein bisschen das Tempo. Aber bedingt durch seine technischen Qualitäten wird er auch dann in der heimischen Liga auch oftmals eher als zentraler Mittelfeldspieler eingesetzt. Also, wir haben hier einen Spieler, der jetzt nicht zwingend ein ganz typischer Flügelspieler ist, sondern eher sehr flexibel ist und den man natürlich auch damit nochmal formen kann. Klar ist auch, die Quelle, sprich der Journalist Alin Zadiko, ist jetzt schwierig zu beurteilen, was da tatsächlich dran ist. Wenn man sich dann mal so ein bisschen auch bei Schweizer Fans umhört, dann kommt schon so ein bisschen durch, die Bundesliga wäre für ihn wohl noch ein sehr großer Schritt. Sprich, Gladbach hätte zwar mehr finanzielle Möglichkeiten, wäre aber sportlich wahrscheinlich noch zu früh. Aber die zweite Liga, die könnte auf jeden Fall ein guter Entwicklungsschritt sein. Und wenn man sich dann mal so ein bisschen anhört, was er kann, ist er mit seinen technischen Qualitäten auch jemand, der sich zu einem ganz guten Zehner entwickeln könnte. Beispielsweise bei einem Abgang von Rodrigo Salazar. Klar, aber bedingt durch seine Flexibilität kann er ihm auch auf außen, sowohl links und rechts, defensiv wie offensiv spielen. Und natürlich ist er deswegen auch interessant. Ich glaube aber auch, dass das ein typischer Transfergerüchtname sein kann, der jetzt gerade auftaucht und in ein paar Wochen gar kein Thema mehr ist. Denn grundsätzlich suchen wir jetzt auch erstmal, ich glaube schon auch klassische Spieler für die Position des linken Verteidigers und des Sechsers, des Achters. Weil wir ja auch mit Thomas Auwejan zum Beispiel schon einen offensiv ausgerichteten linken Verteidiger haben. Ich denke mal, da wird man eher noch einen defensiv stärkeren suchen. Im zentralen Mittelfeld brauchen wir eigentlich eine komplett neue Doppel-Sechs. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man sich dann zwingend einen Rudani kauft, der dort auch nicht nachhaltig gezeigt hat, dass er eben auch das kann als Parade-Position. Es ist interessant, einen so flexiblen Spieler möglicherweise zu bekommen. Aber das wäre dann auch eigentlich vom Profil her ein Transfer, den man erst dann macht, wenn die Mannschaft wirklich schon steht, man noch so ein bisschen Geld zur Verfügung hat und eben dann nochmal auf dem Transfermarkt aktiv wird. Interessanter Name, über den man aber natürlich auch mal diskutieren kann. Und diskutiert wurde ja auch in den vergangenen Tagen sehr viel über Marvin Pieringer. Wie geht es mit ihm weiter? Warum möchte ihn Schalke nun abgeben? Warum hat man vielleicht auch mit Terodde verlängert, polt das mit dabei und gibt dafür einen jungen Sturm mit Marvin Pieringer ab? Und noch lange ist da nicht so viel klar, wie vielleicht auch einige von uns Schalke-Fans rein interpretiert haben. Denn am Freitag wurde ja die Vertragsverlängerung von Simon Terodde bekannt gegeben und bereits am Donnerstag hat sich André Hechelmann mit dem Berater von Marvin Pieringer getroffen. Denn Pieringer sollte die Nachricht von einem Verbleib Teroddes nicht aus den Medien erfahren. Finde ich, ist erstmal grundsätzlich richtig so, dass Hechelmann das gemacht hat. Gehört sich meiner Meinung nach auch so und finde ich auf jeden Fall erstmal gut, dass man das auch offen mit Pieringer kommuniziert hat. Denn natürlich hat man auch vorher Aussagen getätigt, wo eben noch nicht klar war oder besser gesagt es ganz klar danach aussah, dass Terodde geht. Dass eben Pieringer und Polter die Stürmer für die kommende Saison sind. Und bedingt natürlich durch die Terodde-Verlängerung ist er natürlich bei uns eingeplant. Ob jetzt als Startelf-Spieler, als Edeljoker, was auch immer, ist dann erstmal egal. Über Sebastian Polter kann man natürlich diskutieren, aber es sieht ja schon stark danach aus, dass er auch bei uns bleibt. Und damit ist natürlich wenig Platz für Marvin Pieringer. Es wurde dann auch relativ schnell ins Spiel gebracht. Wenn denn dann ein Verein vielleicht 2 Millionen Euro bieten sollte, dann ist Schalke durchaus auch nicht abgeneigt. Pieringer abzugeben. Er selber sieht sich wohl auch schon in der Bundesliga und da gibt es ja Interesse von Stuttgart. Aber vor allem auch von den beiden Aufsteigern Darmstadt und Heidenheim. Und laut den Ruhr-Nachrichten könnte sich nun sogar nochmal grundsätzlich etwas verändern. Denn es wäre auch denkbar, Pieringers Vertrag zu verlängern und ihn dann anschließend erneut zu verleihen. Und das ist natürlich ein Szenario, was schon sehr interessant erstmal scheint. Zumindest mal rein von dem grundsätzlichen Plan. Denn, ich glaube, wir sind uns alle einig darüber, Pieringers Zweitligasaison beim SC Paderborn, die war richtig gut. 23 Spiele hat er gemacht, hat er zwischendurch verletzungsbedingten paar Wochen gefehlt. Deswegen eben nur 23 Spiele in Anführungszeichen. Zehn Tore erzielt, acht vorbereitet. Paderborn ist ja generell eine sehr offensiv ausgerichtete Mannschaft. Da haben viele auch einige Score-Punkte. Aber trotzdem ist Pieringer da wirklich nochmal herausgestochen. Und natürlich ist er auch ein schlimmer Typ, der nochmal ein anderes Gesamtpaket mitbringt als Tirot und Polter. Und vor allem natürlich auch deutlich jünger ist mit seinen 23 Jahren. Und trotzdem gilt meiner Meinung nach bei dieser ganzen Geschichte, bei der ganzen Betrachtung und auch potenzieller Kritik an Schalkes Vorgehensweise schon, dass man ja gar nicht genau weiß, wie die ganzen Aussichten so sind. Denn man will sicherlich auch nicht, dass Pieringer jetzt in der zweiten Bundesliga unser Stammspieler wird und dann einen auslaufenden Vertrag hat. Ich glaube, das will auch am Ende keiner. Deswegen kann schon gut sein, dass man ihn eben jetzt verkauft, sollte es eben auch zu keiner Vertragsverlängerung kommen. Und damit eben in der Stummspielze auf Polter und Tirot setzt und dieses Geld einfach dann in andere Positionen investiert, wo man es eben nochmal wichtiger braucht. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schon eine interessante Option, Pieringers Vertrag zu verlängern, ihn eben dann zu verleihen in die Bundesliga, zu Heidenheim oder Darmstadt, um ihn eben dann auch im kommenden Jahr als nochmal stärkere Option zu haben, nachdem vielleicht auch eben dann Tirot und oder Polter weg ist. Auf jeden Fall eine interessante Geschichte, ein sehr spannendes Szenario, was die Ruhrnachrichten hier so ins Spiel bringen. Wobei ich glaube schon, dass ein endgültiger Verkaufsstand jetzt ein Ticken wahrscheinlicher ist als eine erneute Laie. Aber auf jeden Fall sehr spannend. Und jetzt könnt ihr auch mal sehr, sehr gerne zu diesen Themen eure Meinung in die Kommentare schreiben. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! Anale Schalker! Anale Schalker!